Wow, Dimmons! Dimmons, der Wahnsinn. Handwerkliche Braukunst für die weltweite Brauindustrie. Gemeinschaft. Wahnsinnig geil. Leidenschaft, Wissenschaft und Bier. Es ist alles aber nicht langweilig. Es hält in very high claim. World renowned. Zielsetzung ist das Arbeiten in einer kommerziellen Brauerei. Also ich lerne jetzt nicht irgendwelche großartigen Sinnlosigkeiten, wo ich sage, das werde ich nie wieder in meinem Berufsleben brauchen. Dimmons ist einfach ein Qualitätssiegel. Nicht umsonst sind die Dimmonsianer auf der ganzen Welt verteilt. I see opportunities in different areas that I never had seen before. I see opportunities in different areas that I never had seen before. I open the doors of the world. Okay, that gives me a lot of possibilities to work with the title Die Dimmonsianer in Manu. Wenn man einfach dann draußen das Dimmons-Netzwerk, sowohl in Deutschland, also national, aber auch international hat. More or less a job guarantee. Unsere Gründung vom Unternehmen habe ich mit einem Dimmonsianer abgeschlossen. Und unseren Laden quasi zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und das ist für mich ein absolut belastbares Netzwerk. Wir können heute auf der ganzen Welt, wenn die deutschen Botschaften ausfallen, im Notfall zur Brauerei gehen. Bier spricht jeder sozusagen. Und dann kommt man genau an die richtigen Punkte hin, wo man hin möchte. Wir machen Bier. You know, it's something that's great and it's fun, and it's what brings people together. Big international community. Und das natürliche Argument, warum ich bei Dimmons bin und nicht irgendwo anders. Ich gehe da gerne rein. Wie Heimat. Ich bin der Staudi und da bin ich daheim. Man ist sehr nah, man ist eigentlich ein bisschen beendet hier auch. Wir sind zu klein, wir sind zu eng, wir müssen raus hier. Das habe ich als Schüler schon so wahrgenommen und jetzt als Mitarbeiter noch viel mehr. Jeder, der für Dömenz ist, der Dömenzianer braucht, der Dömenzianer sein will, der muss auch sich engagieren für diesen Neubau. Für die Branche, für das Bier, für unser aller Produkt. Dass die jungen Leute, die hier die Ausbildung machen, für die Zukunft gut aufgestellt sind. Nur so können wir das für die Zukunft erhalten, was wir heute hier machen. Wohlsein. Das war schon mal. Das war schon mal. Du willst die letzten Worte? Die Nende! Es ist ein Pfeil. Salut. Salut. Prosit. Salute. Also, drauf miteinander. Also, dringend aber auch Dömenz. Kann ich.